okay hallo okay man ist natürlich wieder gehypt okay erstmal jetzt kommen 3ds sachen ganz viel noch hier gerade umdisponiert um das jetzt hier auch wirklich aufnehmen zu können also man ist gehypt als man es eigentlich sein wollte ich wollte mich eigentlich überhaupt nicht irgendwie halten lassen habe gesagt ich mache einfach mal überhaupt keine erwartung an dieses ganze event aber dann wenn es halt so wirklich losgeht und wenn man kurz davor ist und dann die wartezeit bis es abgeht und im internet hype das ja auch immer alles hoch man ist jetzt doch irgendwie wieder gehypt und ich wollte das eigentlich gar nicht sein ich wollte einfach total unvoreingenommen hier reingehen ich gucke jetzt gerade den stream hier an meiner ps4 deshalb nehme ich das ganze hier jetzt im wohnzimmer auf ab gerade noch schnell licht und kamera und hier irgendwie versucht aufzustellen ich hätte damit mal früher anfangen sollen so wir gucken uns das ganze einfach mal an erst mal geht es ein bisschen um den 3 der es jetzt hier ich kann mich hier nicht so gemütlich irgendwie hinfläzen ich bin gerade voll aufgedreht ich muss hier voll dabei sein ich finde es ein bisschen schade es gibt ja gerade dieses prediction bingo was kotaku oder so sich ausgedacht hat die idee finde ich super witzig aber ich hatte leider nicht mehr genug zeit mein eigenes bingo zu bauen das heißt man hat halt so ein bingo format halt das wovon man denkt dass angekündigt wird da reingepackt und immer wenn sich das erfüllt wenn das wirklich angekündigt wird dann kann man halt zum kreuz machen und muss versuchen bingo zu bekommen was glaube ich denn tatsächlich was angekündigt wird also wir haben im juni eine nintendo eine e3 und da will nintendo ja auch noch ein paar dinge raushauen um halt wieder aufmerksamkeit auf sich lenken aber ich glaube tatsächlich dass auch sie jetzt sachen brauchen dass auch jetzt weiter was ist das wasser inside story okay das ist cool das freut mich für leute die auf solche ports warten bowser inside story ja ich glaube dass jetzt auch langsam echt mal zeit wird für virtual console und für youtube und den ganzen kram klar sie launchen den online service erst später im jahr und vielleicht warten sie damit dann das kann natürlich auch sein aber ich hätte es halt so unglaublich gerne jetzt einfach mal diese ganzen apps ich würde einfach so gehen youtube auf meiner switch gucken und ich glaube auch einfach dass das weitere ein tolles verkaufsargument wäre für die switch gute spiele sind natürlich auch ein tolles sieht irgendwie cooler aus gerade ja ich glaube dass wir weitere ports bekommen werden heute ich glaube nicht dass wir mario maker 2 oder picken 4 dass wir was zum metroid sehen ich glaube auch nicht dass wir neue smash bros irgendwie bekommen oder was infos zu pokémon ich glaube das alles kommt gar nicht ich glaube dass wir er wenn weitere ports bekommen zum beispiel von mario maker oder vielleicht ein port von dem smash bros ich glaube dass es eher in die richtung gehen wird und mit dem tennis spiel bin ich ja eh so ein bisschen skeptisch was da jetzt dabei rumkommt hat da nicht gerade jemand heute darüber gesprochen über detective pikachu ich habe noch keine ahnung von diesem spiel ich habe ich weiß nicht gibt es da schon das ist das schon länger angekündigt keine ahnung ist jeder gerade zum ersten mal und es sieht super bekloppt aus mysterious menschen was ist jetzt mit luigi's menschen wie das erste das ist cool ja gute idee ist nicht viel arbeit gewesen weil sie hatten ja die engine vom zweiten und sie mussten nur das erste dann in diesen remake bringen klar macht total sinn finde ich super cool weil das erste ist ein tolles spiel gewesen und ich finde es gut dass sie jetzt den ersten teil luigi's menschen dann jetzt noch mal an die breitere masse bringen und auch sehr interessant dass der 3ds immer noch weiter gefüttert wird dieses jahr okay das dauert also noch ein bisschen ich muss ganz ehrlich sagen dass mich dieses kirby spiel überhaupt nicht fesselt überhaupt nicht packt kirby hat sich bei mir einfach so ein bisschen entwöhnt weil die spiele sich irgendwie immer gleich spielt irgendwie immer gleich aussehen immer das gleiche ist und immer langsam und so einfach und gut es ist ein spiel was ich wahrscheinlich auch eher eine andere gamerschaft richtet an leute die spiele anders spielen als ich an auch vielleicht jüngere menschen die dann auf einfache spiele stehen und sowas ja okay ich finde es trotzdem schade weil ich ja schon kirby sehr toll finde und eine besondere beziehung zu kirby habe kirby stream land und adventure so ich habe sie geliebt die spiele aber da war ich halt auch ein kind und jung ja die demo also fetzt mich halt noch nicht kirby star allies okami aber gibt es da nicht da gibt es schon eine hd fassung oder finde ich sehr gut weil das ein sehr besonderes spiel ist ein spiel in dem unglaublich viel stärkt ein spiel von dem es in dieser form nicht wirklich ein zweites gibt und so können sich wieder mal mehr leute jetzt dieses tolle spiel angucken ja mit dieser komischen motion steuerung hoffentlich klappt es besser ich habe es auf der Wii damals gespielt und ich fand es ein bisschen seltsam ich weiß auch nicht warum dieses spiel ist so kreativ und so cool vielleicht spiele ich es auch noch mal weiß ich jetzt nicht coole neue sache für die nintendo switch ist ja gut aber komm wir wollen wir wollen die dicken kanonen sushi oh man och man schade ich habe gerade schon gedacht es gibt das schlub mini spiel oder so quatsch das wäre super witzig gewesen wenn es einfach nur das schlub mini spiel aus pokémon stadium das ist wieder von japanern für japaner das spiel also ich habe octopath traveller in der demo gespielt und das geht mir ähnlich wie imzsuna und andere spiele die immer mit rauskommen ich habe einfach ich finde einfach dass octopath traveller absolut nichts besonderes hat absolut nichts eigenes hat was irgendwie einen unterschied macht zu spielen von früher ich finde gerade so wenn man das mit spielen vergleicht von früher wie terranigma chrono trigger und sowas die hatten einfach so ein unglaublich atemberaubenden eigenen flair und eine so unglaublich interessante geschichte und charaktere und octopath traveller reizt mich da einfach in dem bereich jetzt nicht so krass das spiel ist nicht schlecht ich hab's ja auch nicht ich hab ja nur die demo gespielt das ist jetzt keine meinung zu dem spiel aber es packt mich halt überhaupt nicht und auch viele der leute die dieses spiel wirklich gespielt haben von denen höre ich halt genau das gleiche dass das spiel halt nichts besonderes irgendwie bietet und die leute halt nicht wirklich langfristig fesseln konnte ich finde das sehr sehr schade weil ich es eigentlich super cool finde dass weitere solche spiele herauskommen aber was soll ich machen ne wollen wir uns mal das sieht alles sehr seltsam aus sieht sehr sehr seltsam aus das spiel vielleicht ist es mal an der zeit sich das mal anzugucken in dark souls every challenge is an opportunity dark souls amiibo dark souls a world rot with despair and hope ich liebe dark souls network test ein solero amiibo wie geil ist das denn wie super cool ist das denn ich hab gedacht es gibt irgendeine ganz normale dark souls amiibo aber dass sie ausgerechnet solero nehmen das ist so cool denn solero ist eine so kultige figur ja das mit den punkten ist cool ist witzig ich fand es nur halt krass dass sie den service genau dann eingebracht haben dass alle unsere punkte vom letzten jahr verfallen sind achso power tennis ok ok jetzt gibt es ein paar genauere infos zu mario power tennis mario tennis mario tennis aces ja mehr ports meine kamera war eben aus die hat mal wieder überhaupt nicht geladen deshalb habe ich jetzt schnell während mario tennis noch mal die kamera aufgeladen ich habe mir das nebenbei aber angeguckt ich bin ganz ehrlich ich bin sehr skeptisch bei diesem mario tennis auch gerade weniger ich bin sehr skeptisch bei diesem mario tennis wegen des letzten mario tennis spiels ich habe einfach wieder das gefühl dass da einfach viel zu viel schnickschnack ist viel zu viel plim plim und viel zu viel drumherum mit diesen ganzen power shots und ja man kann die mit energie aufladen aber es geht ja teilweise echt fix mit diesen komischen trick shots ich habe einfach das gefühl dass diese wurzel von mario 64 also dem tennis 64 wo das einfach auch wirklich aufs spielerische drauf ankam dass es hier einfach auch das feld sah einfach zu klein aus wieder im verhältnis dass es dann nur noch um diese trick shots geht und das macht mir einfach persönlich keinen spaß aber warten wir erstmal ab ich werde es spielen und dann gucken so jetzt haben wir ein port von captain toad mit ein paar änderungen in drin hey who turned out the lights annette retail 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 okay komm bitte retail okay okay cool ja okay das wussten wir schon mit crash bandicoot undertale für die switch finde ich so geil ich will eine retail version ich möchte retail auf der switch in meiner sammlung haben bitte 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 als retail das ist so cool undertale ist eines der besten spiele ever es ist so ein atemberaubend schönes spiel ein so wunderschönes spiel mit für mich also wirklich vielleicht der beste soundtrack der wie die spielgeschichte und unfassbar gutes spiel und ich freue mich dass das obwohl es ja immer nur auf dem pc war und da gab es das ja auch auf ps4 und so dass das jetzt immer mehr auf andere systeme kommt und immer mehr leute die dieses spiel spielen können finde ich super und ich liebe undertale das freut mich allerdings jetzt persönlich auch sehr das wusste man ja vorher schon dass diese trash bandicoot trilogy dass das auf die switch kommt weil ich persönlich das auf der ps4 irgendwie keinen bock hatte zu spielen aber auf der switch tragbar werde ich spielen auf klo geil mega geil das little nightmares das spiel sieht so cool aus ich habe das schon ein paar mal in streams gesehen das sieht wirklich wirklich cool aus ich würde das schon immer mal spielen aber ich spiele halt so ungern am pc und ich habe ich weiß nicht ob gibt es das auf ps4 wahrscheinlich aber geil freut mich richtig dass ich das dann auf der switch spielen kann also ich zöger im moment echt mir die meisten indie spiele überhaupt irgendwo anders zu holen weil ich sie halt am liebsten auf der switch spielen möchte nicht weil ich nintendo fanboy bin sondern eben durch diesen tragbaren aspekt dass ich es am fernseher und am handheld mode spielen kann sehr geil solltet ihr euch echt mal angucken das spiel wenigstens mal so ein trailer oder so aha mei dauert ja gar nicht mehr so lange aha theoretisch ja warum nicht kann man sich ja mal vielleicht auf der switch dann angucken also tatsächlich echt mehr ports als ich gedacht hätte jetzt auch viele ports von anderen spielen die ich gar nicht so auf dem zettel hatte ich hätte gedacht dass wir jetzt ganz ganz viele wii u ports bekommen bisher wurde da ja nur captain toad neu angekündigt ich bin ja schon froh dass es jetzt mit hyrule warriors nicht extra eine switch zelda special edition rausgekommen ist ok warum nicht für die leute die das auf der wii u verpasst haben und auf 3ds nicht spielen möchten schöne möglichkeit abends für neue abends charaktere ja wie ich gesagt hab ne die scheiß kamera der akku hat irgendwie nicht wirklich geladen ja abends abends reizt mich jetzt halt nicht wirklich irgendwie ja auch splittoon ist wie gesagt einfach nichts für mich was ich eigentlich sehr schade finde ich finde das spiel gerade wenn ich jetzt noch mal sehe so so schön süß und bunt und da steckt so viel liebe drin aber das gameplay ist halt nichts für mich ne so online multiplayer ballern keine ahnung was da gerade abgeht für leute die mit splittoon nichts anfangen können ist das video jetzt gerade auch ein bisschen seltsam und nervt ein bisschen ich habe übrigens als gag hier taschentücher liegen ich habe mir hier taschentücher hingelegt die habe ich in der apotheke geschenkt bekommen falls ich gleich rumheulen muss weil nichts angekündigt wurde was man sich irgendwie erhofft hat oh nervt das video an mich nervt vor allem die musik an einfach es ist halt es das spiel reizt mich halt einfach nicht deshalb lässt mich halt jetzt auch der dlc kalt ne auch wenn das ganze sehr abgefahren und ein bisschen interessant aussieht aber ich habe jetzt splittoon schon öfter mal eine chance gegeben und das ist einfach kein spiel für mich deshalb reizt mich jetzt auch so ein dlc nicht schon gar nicht wenn man den bezahlen muss ich habe ja noch nicht mehr splittoon 2 aber ich denke mal dass viele der fans sich darüber freuen werden und damit wahrscheinlich auch überhaupt nicht gerechnet haben dass sie jetzt zu splittoon 2 direkt schon ein dlc bekommen eine ankündigung noch ich dachte schon das war jetzt ich bin gespannt jetzt nochmal splittoon ich bin gespannt ich bin gespannt jetzt kommen die bühne ich hab wow wow ich hab gänsehaut alter alter ich hab Ich habe so krass Gänsehaut. Super Smash Brothers. Ja, komm. Irgendwas. 2018. Okay. Wow, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet nach diesen... Oh, Alter. Aber das ist doch wieder so typisch Nintendo. So eine Scheiße, Alter. Jetzt sieht man nur, dass Smash Brothers 2018 kommt. Aber ist es ein Port oder ist es neu? Es ist wahrscheinlich neu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so jetzt in so einem Rahmen, mit so einem krassen Ende Smash Brothers ankündigen für 2018, wenn es einfach nur ein Port ist. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen jetzt in diesem Jahr ein neues Smash Brothers und allein diese Ankündigung wird das Internet jetzt explodieren lassen. Allein... Ich weiß das genau. Die Leute werden jetzt völlig ausrasten und völlig ausflippen. Es wurde jetzt ja hier gerade nichts gesagt. Wahrscheinlich wird jetzt im Nachhinein, während ich das Video hier bearbeite, irgendwo eine Info auftauchen. Aber nach diesem kleinen Video hier, ja? Alter. Ich hatte gerade so krass Gänsehaut, als ich dieses Symbol da gesehen habe. In den Augen der... Und dann sind die ja auch in Smash Brothers drinnen, die Inklings. Wow. Und dann diese ganzen Figuren da hinten. Und wow. War das gut gemacht. Klar? Das ist ähnlich wie bei Metroid Prime 4. Man hat nichts weiter gesehen zu Smash Brothers. Man hat keinerlei Info bekommen. Aber es ist ein neues Smash Brothers. Da bin ich mir doch ziemlich sicher jetzt. Mit den Inklings drinnen und mit allem drum und dran. Und das war eine so geile Ankündigung. Ich hatte mega Gänsehaut gerade. Wurde kurz emotional. Aber da gibt es andere Ankündigungen, die mich wieder so aus der Bahn werfen würden. Wie es mir schon ein paar Mal passiert ist. Insgesamt eine Nintendo Direct, die schöne Ports hat. Interessante Titel, die ich vielleicht schon mal spielen wollte. Gerade im Mini-Bereich, die jetzt auf die Switch kommen. Man hat... Das Tennis bin ich sehr skeptisch. Mit Splatoon kann ich nicht wirklich was anfangen. Es waren auch ein paar andere Spiele dabei, mit denen ich einfach persönlich nichts anfangen kann. Ich würde sagen, insgesamt war diese Nintendo Direct in Ordnung. Man hat gesehen, was so demnächst kommt. Ich finde es schade, dass immer noch nichts zu den Online-Services gesagt wurde. Ich hätte natürlich gern was zu Smash Brothers. Ich hätte jetzt weiterhin Infos gehabt. Aber das war mal wieder so ein Zeig, dass sie gesagt haben, ja, Smash Brothers kommt doch. Es kommt dieses Jahr. Aber jetzt warten wir natürlich auch schon wieder auf die nächste Direct, bei der es dann mehr Infos zu Smash Brothers geben wird. Wahrscheinlich sogar eine eigene Smash Brothers Direct. Oder sie warten natürlich jetzt bis zur E3 und hauen da richtig was raus. Insgesamt hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich ehrlich sagen. Gerade jetzt so bis zur E3, dass da nochmal irgendwas rauskommt. Auf der anderen Seite kommen tolle Indie-Spiele, interessante Titel. Es kommt Dark Souls heraus, aus dem ich wissen will. Ich persönlich habe sowieso noch Monster Hunter. Das heißt, ich bin jetzt weder enttäuscht von dieser Direct, noch bin ich mega gehypt von dieser Direct. Ich würde sagen, ich gehe eigentlich relativ neutral aus dieser Nintendo Direct heraus und möchte jetzt natürlich in den Kommentaren lesen, was haltet ihr von dieser Nintendo Direct? Wie hat euch diese Nintendo Direct irgendwie mitgenommen? Seid ihr zufrieden damit? Seid ihr enttäuscht? Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Das war meine Live-Reaktion. Auch wenn es ein bisschen holprig war wegen Ladeproblemen und so weiter. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.